Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu der Vorschau auf den 11. Bundesliga-Spieltag. Wir sind zu Gast bei Hertha BSC. Rein tabellarisch gesehen ist es natürlich auch ein klares Ding im Abstiegskampf. Hertha ist Tabellen 15. Wir Tabellen 17. Uns trennen auch gerade mal zwei Punkte, was auch nochmal die Bedeutung des Spiels unterstreicht. Jedem, der bislang die ersten zehn Spieltage gesehen hat, sollte aber auch klar sein, dass Hertha sicherlich schon besser performt, als deren Punkteausbeute ist. Bestes Beispiel letzte Woche in Leipzig 0 zu 3 zurückgelegen. Am Ende 3 zu 2 verloren mit einer richtig starken zweiten Halbzeit. Also da kommt schon eine Mannschaft auf uns zu, die eben nicht mehr mit der aus der Vorsaison zu vergleichen ist, wo sie Relegation gespielt haben, auch wenn es punktetechnisch noch nicht ganz so läuft. Aber die letzten Wochen war dort auf jeden Fall ein Positivtrend zu erkennen. Bei uns ja das komplette Gegenteil. Fünf Pflichtspielpleiten in Folge, vier in der Bundesliga. Jetzt kam noch dieses Ding gegen Hoffenheim hinzu. 1 zu 5 verloren im Pokal. Frank Kramer ist Geschichte. Es ist mal wieder bei uns einiges los. Wir haben gerade mal sechs Punkte auf dem Konto. Und da muss natürlich jetzt schon bis zur Winterpause noch ordentlich was kommen. Somit fahren wir Sonntag nach Berlin ohne Cheftrainer. Matthias Kreuzer übernimmt die ganze Geschichte intrimsweise. Ich persönlich fand ihn auf der Pressekonferenz, wie auch schon bei dem Ingolstadt-Spiel, wirklich sehr, sehr stark und auch sehr, sehr analytisch in seinen Aussagen. Hat mir wirklich gut gefallen. Und er übernimmt somit erstmal die Verantwortung für das Spiel gegen die Hertha. Danach soll aber dann zumindest laut Plan ein neuer Cheftrainer auch präsentiert werden. Natürlich ist jetzt die große Frage, wie machen wir es taktisch? Wie machen wir es spielerisch? Welche Elf wird Sonntag beginnen? Welche Elf-Spieler sollen dann eben auch dafür sorgen, dass wir im besten Falle die drei Punkte mitnehmen? Ganz kurz zum Personal. Und das kann man ja leider relativ kurz halten. Ibrahima Cissé, Leo Greimel, Marcin Kaminski, Sepp Vandenberg und Rodrigo Salazar sind allesamt verletzt, fallen allesamt in diesem Kalenderjahr aus und sind natürlich somit auch in den nächsten Wochen keine Option. Bitte natürlich, dass das eben jetzt auch für Leo Greimel gilt, der in den letzten Wochen sich den Stammplatz geholt hat in der Innenverteidigung, der heute operiert wurde, damit auch ausfällt. Und damit fehlen uns hinten gerade mal, oder weiß ich was gerade mal, satte vier Innenverteidiger. Auch deswegen haben wir auch personaltechnisch noch jemanden hinzugeholt. Ansonsten gibt es auch keine Ausfälle. Hinzu kommt nämlich jetzt noch Timotej Kolodzicak. Der Gastspieler war ja in den letzten zwei Wochen schon im Training gewesen. Die Verpflichtung wurde heute offiziell gemacht, kommt bis zum Saisonende und ist auch laut Matthias Kreuzer direkt eine Option für das Spiel gegen Hertha. Und die Gründe liegen ja auf der Hand. Wir haben defensiv unglaublich große Probleme. Wir haben eh kaum noch Innenverteidiger. Plus, er war eben die vergangenen zwei Wochen schon im Training. Er kennt die Abläufe. Er ist dadurch sicherlich durchaus erstmal spielfit, um ihn vielleicht sogar schon von Beginn an reinzuschmeißen. Und was auch durchaus interessant war bei Matthias Kreuzer, war die Frage auf die Taktik eher Dreier- oder Viererkette. Er hat sich bedeckt gehalten, hat auch ein bisschen klar gemacht, man muss ja auch ein bisschen mal nach dem Gegner richten, welche Chancen in dem Fall eben Hertha uns so ein bisschen geben wird. Er hat auf jeden Fall schon einen klaren Plan im Kopf. Und das klang auf jeden Fall durchaus interessant. Und deswegen habe ich jetzt mal eine erste Elf aufgemalt, wie ich dann denke, realistischerweise, dass eben auch Matthias Kreuzer mit seinem Trainerteam aufstellen wird. Und das sieht rein taktisch erstmal so aus. Mit Viererkette und dann davor das 4-4-2. Also ähnlich wie in der Aufstiegsphase, nenne ich sie jetzt mal, mit Kreuzer und Büskens, die ja da die Mannschaft eben auch zusammen mit Peter Herrmann eingestellt haben. Wir haben im Tor Alexander Schwolo. Und dann eben schon die spannende Frage in der Viererkette. Cedric Brunner fehlte ja zuletzt auch verletzungsbedingt, war aber jetzt auch wieder im Training mit dabei, wird dann sicherlich wieder rechts hinten beginnen. Und dann ist halt die große Frage, Maya Yoshida, ja oder nein? Rein leistungstechnisch hätte er sicherlich mal einen Platz auf der Bank verdient. Wenn man das so sagen möchte, wird ihm vielleicht nochmal ganz gut tun. Aber es gibt halt kaum Alternativen, wodurch auch deswegen Timotej Kolodzicak womöglich auch direkt in die Startelf reinrutschen wird. Gegen Hoffenheim war es eine Dreierkette zu Beginn auf jeden Fall mit Matriciani, der sicherlich hier die erste Alternative ist. Und Alex Kral. Ich persönlich verstehe nicht genau, warum man Alex Kral da einsetzt. Ein eher offensiv starker Sechser. Da müsstest du da eher sogar noch Florian Flick hinstellen, der Zwoontagramotzis zu Beginn letztes Jahr da keine gute Figur gemacht hat. Ist aber auch schon ein bisschen was her. Ich glaube, der könnte da eher überzeugen als ein Alex Kral. Aber wie gesagt, wir haben dort kaum Alternativen. Deswegen gut möglich, dass Kolodzicak auch direkt beginnen wird. Linke Seite geht erneut an Thomas Ovejan. Doppel 6. Tom Kraus fehlte ja auch gegen Hoffenheim. Scheint auch immer wieder fit zu sein. Da gab es immer keine anderen Aussagen. Er wird dann natürlich beginnen. Daneben glaube ich dann eben an Alex Kral. Natürlich wäre Florian Flick hier die etwas defensivere Variante. Kann mir aber das so schon ganz gut vorstellen. Dann zwei Zehner. Ich würde es so beschreiben und eben nicht als typische Flügelspieler, bevor das manche falsch verstehen. Also ähnlich eben wie in der Schlussphase der vergangenen Saison, wo ja dort auch sehr, sehr häufig Drexler und Salazar gespielt haben. Die Salazar-Rolle übernimmt jetzt hier Florian Molay. Und eben Drexler beginnt auf der anderen Seite. Aber auch durchaus taktisch natürlich flexibel. Und dann wieder die Doppelspitze, die man in dieser Bundesliga-Saison noch sehr, sehr selten gesehen hat. Gefühlt noch gar nicht. Bestehend aus Marius Bülter und Simon Tirodde. Natürlich mit dem Personal auch gut vorstellbar, wieder auf dem 4-2-3-1 umzustellen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass das am ehesten Sinn machen würde, auch mit dem aktuellen Personal. Sicherlich Dreierkette, rein theoretischen Optionen, dass du dann das irgendwie mit Brunner, Yoshidon, Koloncicak spielst oder noch mit Matriciani. Dann hast du vielleicht ein paar mehr Alternativen, wenn man so möchte. Aber ob das dann wirklich das Wahre ist, weiß ich auch wieder nicht. Ich würde es dann lieber so lassen, wie man es eigentlich gefühlt immer gespielt hat und auch die ganze Zeit schon trainiert hat. Aber natürlich weiß auch Matthias Kreuzer deutlich mehr als wir Fans. Dann natürlich noch das Thema Bank. Und dort würde jetzt von den Feldspielern, wenn man mal Sidi Sané rausnehmen würde, nur noch einer rausfallen. Das wäre bei mir Kerem Czalanuklu. Der Rest würde auf der Bank sitzen, weil einfach sonst alle verletzt sind. Wir haben natürlich Ralf Fährmann fürs Tor. Hegerin Langer logischerweise nicht im Kader. Wir haben die ganzen Verletzten mit Cissé, Greimel, Kaminski, Vandenberg und Salazar, die nicht spielen können. Sidi Sané, der eben dann jetzt auch nicht hier im Profikader dabei ist, plus Czalanuklu. Und dann eben auf der Bank für die Abwehr, Aydin und Matriciani für das zentrale Mittelfeld. Flick und Latza. Moor, der sehr flexibel einsetzbar ist. Und dann für die Offensive, Larsson, Karaman und Polter. Und somit ist das mal meine erste Elf, wie ich es glaube, dass man gegen Hertha BSC spielen wird. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich unsere Mannschaft dort präsentieren wird. Denn rein taktisch gesehen war es die letzten Wochen natürlich gar nichts. Aber halt auch rein leistungsmäßig vom Einsatz her war natürlich das Spiel gegen Hoffenheim im Pokal echt mit das schlechteste, was man glaube ich seit langem wieder gesehen hat. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Also da muss gegen die Hertha ein ganz anderes Gesicht her. Denn sonst wird das auch nichts. Die Berliner spielen ein intensives Pressing, kommen sehr, sehr gerne über Umschaltaktionen, über Tempo. Und wir kennen ja alle unsere Abwehr. Genau dann kann es wirklich auch gefährlich werden. Deswegen hat ja nochmal Kreuzer betont, dass er einfach durchaus helfen kann. Einfach mehr Chancen, sich selber zu kreieren, um einfach dadurch hinten nicht mehr so anfällig zu sein, weil man sich einfach mehr vorne befindet. Ein Ansatz, den ich vollkommen richtig und logisch finde. Und ich bin echt wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das gegen die Hertha aus Berlin am Sonntagabend funktionieren wird. Denn wenn man ehrlich ist, danach die Gegner bis zur Winterpause, unter anderem Bayern, Freiburg, ich glaube on top dann noch Bremen und Mainz. Das müssten dann alle gewesen sein. Es wird auf jeden Fall nicht leichter. Und deswegen wäre es natürlich schon unglaublich viel wert, gegen die Hertha ein, wenn nicht sogar drei Punkte zu holen. Es wird aber auch eine extrem harte Aufgabe. Eure Meinung zum Spiel und eure Meinung zur potenziellen Startelf könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf. Anna Le Schalker.